Jetzt starten wir die zweiten Teil der Walking Tour hier in Empujabrava, am Strand. Ich hoffe, dass ihr es liebt. Man sieht, dass das Beach-Life ist gut. Wir sind im zweiten Teil der Walking Tour hier in Empujabrava am Strand. Es ist ungefähr 11 Uhr, 11.30 Uhr morgens, Ende Juni. Hier ist die Partie 2 der Walking Tour hier in Empujabrava, am Strand. Es ist ungefähr 11 Uhr am Morgen. Es ist viel heiß. 11 Uhr am Morgen. Ein bisschen die Wien, der Wind. Wir sind in einem Teil des Dorsos der Wind. Wir sind in einem Teil des Dorsos der Wind. Wir sind in Empujabrava, am Strand. Das ist ein Wiener, das ist ein Wiener. Es ist ein Wiener. Es ist sehr, sehr, sehr. Es ist sehr, 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 sehr. Und du kannst es hier sehen, der Mediterranee, da ist die Rosas, auf dem Horizont. Der Daumen ist auf dem Weg. Die Runde ist auf dem Weg. Die Runde ist auf dem Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Good bye Bye Bye